Am 13. August wirst du am Brater einen Mann namens Arthur Grimm töten. Was sagen Sie da? Am 13. August. Ist es nicht mal nach Aristoteles-Tag? Du bringst den Tod. Das klingt wie ein Fluch. Einen Mann namens Arthur Grimm töten. Das ist Valerie. Ich glaube, da gibt es so eine Verbindung. Bleib weg von mir. Das stimmt nicht mit mir. Der Schatten. Jetzt streamen in der ZDF-Mediathek. Ich glaube, da gibt es so eine Verbindung. Vielen Dank.